Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kickoff zu neun Spiele, neun Predictions des 23. Spieltags. Letzte Woche haben wir das Ganze ja schon mal zum ersten Mal wirklich durchgespielt. Neun Spiele sind wieder auf der Agenda und es gibt wieder von mir neun spezifische Prognosen für die einzelnen Duelle. Und am Ende gucken wir auch darauf, wie ich eigentlich letzte Woche so abgeschnitten habe. Also wir gehen rein ins Video. Viel Spaß damit. Und wir beginnen natürlich logischerweise ganz oben mit Mainz gegen Leverkusen. Das Duell am Freitagabend ist ein Spiel, wo ich Leverkusen als klaren Favoriten sehe. Und deswegen glaube ich auch, dass Leverkusen zur Pause führen wird. Das ist meine Prognose für das Spiel. Kommen wir somit direkt zum nächsten. Und das lautet ja Augsburg gegen Freiburg. Ein Duell zweier Teams, die die letzten Spiele nicht allzu viele Punkte geholt haben. Freiburg letzte Woche gegen Mainz. Ja, nicht allzu überragend gut gewesen. Augsburg gegen Gladbach verloren. Trotzdem zwei Tore geschossen. In Summe glaube ich an ein enges Spiel, welches Freiburg vielleicht knapp gewinnen wird. Unerheblich für meinen Tipp. Denn ich glaube, hier fallen höchstens zwei Tore. Und somit kommen wir zu Stuttgart gegen Bochum. Für den VfB ein sehr, sehr wichtiges Duell. Für den VfL die Chance, die starke Leistung gegen die Bayern zu bestätigen. Und noch einmal einen Schritt raus aus dem Abstiegskampf zu machen. Weil es ein brisantes Duell wird, wo man vor allen Dingen, glaube ich, in der ersten Hälfte nicht zwingend das Risiko sucht. Vielleicht aber in der zweiten Hälfte, glaube ich, dass in der zweiten Hälfte auch beide Teams treffen werden. So, Wolfsburg gegen Hoffenheim. Das nächste Spiel auf unserer Agenda. Aktuell ist ja die TSG Hoffenheim Tabellenfünfter. Somit eine gute Chance auf das Geschäft in Europa. Champions League ist möglich, Europa League ist möglich, Conference League ist möglich. Aber eben auch gar nichts ist möglich, weil der Kampf um Europa in der Bundesliga so spannend wie lange nicht mehr ist. Und weil das so ist, glaube ich, dass die TSG in aktuellen Tabellenplatz ist, Tabellenplatz 5 einbüßen muss. Und nach dem Spieltag nicht mehr Fünfter ist. Natürlich könnte das auch theoretisch bedeuten, wenn Hoffenheim gewinnt, sind sie Vierter. Auch dann wäre es richtig. Aber ich glaube sogar eher, dass sie den Tabellenplatz 5 einbüßen, weil sie abrutschen. So, Bielefeld gegen Union. Darüber sprechen wir jetzt. Und auch das Spiel ist ähnlich für mich wie Augsburg gegen Freiburg. Ein Spiel, wo es vielleicht tabellarisch einen Favoriten gibt mit Union Berlin. Rein vormäßig aber eher nicht. Union hat Probleme nach dem Kruse- und Friedrichabgang. Bielefeld letzte Woche wurde der gute Lauf gestoppt. Man hat gegen Hoffenheim verloren und das auch vollkommen verdient. Somit glaube ich hier daran, dass es keinen Sieger geben wird. Sprich, ein Unentschieden wäre hier meine Prognose. Köln gegen Frankfurt ist ja das Topspiel der Woche. Ein vielleicht auch brisantes Duell, weil man zum einen auf zwei Teams trifft, die sehr, sehr intensiven, offensiven Fußball spielen wollen. Der auch viel über Pressing und Laufbereitschaft kommt. Zwei Teams, die aktuell rein punktemäßig fast gleich sind. Beide Chancen auf Europa haben. Und deswegen glaube ich, wird es ein unangenehmes Duell für den Schiedsrichter. Denn es gibt mindestens vier gelbe Karten. Zum Vergleich, letzte Woche gab es in beiden Partien fast in Summe fünf gelbe Karten, glaube ich. Also, da ist schon wirklich eine Prognose da. Ich bin gespannt, ob das am Ende aufgehen wird. Vier gelbe Karten klingt nämlich erstmal wenig, habe ich mir gerade gedacht. Aber so wenig ist das gar nicht. Wenn man wirklich drauf guckt, wie viel es in den letzten Partien bei den beiden so gab. Bayern gegen Fürth ist, glaube ich, mit das klarste Duell des aktuellen Spieltages. Bayern Erster, Fürth Letzter. Da ist natürlich schon sehr, sehr viel Differenz dazwischen. Deswegen glaube ich, ein sehr torreiches Spiel. Die Bayern werden deutlich gewinnen. Und insgesamt fallen dort mindestens vier Tore. Borussia gegen Borussia. Das Duell der beiden Klubs, die aktuell tabellarisch dann doch schon weit auseinander sind, wird sicherlich geprägt sein von guten Dortmund. Aber da bin ich mir sicher, letzte Woche gegen Union eine gute Leistung gebracht. Gladbach hat sich zwar rein punktemäßig ein bisschen gefangen, aber es braucht schon sehr, sehr viel Aufwand, wie man gegen Augsburg gesehen hat, ein Spiel zu gewinnen. Und das wird gegen gute Dortmund nicht gelingen, denn der BVB gewinnt zum einen und sie gewinnen auch mit mindestens zwei Torendifferenz. Also sprich 3-1 als Beispiel. So, dann noch abschließend Hertha gegen RB Leipzig. Für mich auch da ein klarer Favorit mit Leipzig. Ich war mir aktuell wirklich gut. Auch die Defensive wirkt etwas stabiler als noch unter Jesse March. Bei der Hertha geht relativ wenig. Und aufgrund dessen komme ich zu folgender Prognose. Peter Gulaschi, wenn er denn spielt, hält die Null. Es kann doch noch was passieren. In dem Falle würde ich einfach mal sagen, Erbe Leipzig wird zu Null spielen. Da bin ich mir relativ sicher. Also, das sind meine neuen spezifischen Prognosen für diese neuen Spiele. Schreibt eure mal gerne in die Kommentare. Und wie versprochen kommt auch jetzt nochmal ganz kurz die Auswertung der letzten Woche. Denn die sieht folgendermaßen aus. Ich hatte vier richtig, eigentlich nur drei. Es waren mindestens vier Tore bei Leipzig-Köln. Da gab es am Ende das 3-1. Sprich, es hat genau gepasst. Dank Tim Lemperle bei Frankfurt-Wolzburg standen sogar 16 Nationen auf dem Platz. Also, da wurde auch durch Einwechslungen nochmal mein Tipp unterstrichen. Ulreich greift hinter sich. Dass es viermal der Fall sein wird, dachte ich nicht. Aber auch damit hatte ich recht. Und Stuttgart bleibt 17. Gut, das war ja schon vorm Spieltag richtig. Also, das kann man eigentlich rausstreichen. Dann hätte ich sozusagen von acht möglichen Prognosen drei richtig. Ja, ist schon verbesserungswürdig. Ich bin gespannt, was diese Woche passiert. Also, noch einmal, das sind meine neuen Prognosen. Schreibt eure mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und bleibt am Ball. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.